Ein herzliches Hallo und Willkommen zurück im verschneiten Rotherham bei Forest Village. Oh, ja, Geschwindigkeit los und Spiel wieder los. Was ist hier eigentlich los? Ach ja, da passiert nichts mehr, denn wir haben keinen Flachs. Aber wir haben auch noch Klamotten übrig. So, gut, also, um die Stadt, naja, hier stand ein Mäuerchen, haben wir ja schon mal grob angelegt, kümmern wir uns noch mal ein bisschen später. Hab ich das Haus schon gebaut? Ne, ne? Das Haus hab ich noch nicht gebaut. Ähm, ich wollte meine Obstplantage auf jeden Fall verlegen. Wobei, jetzt haben wir Frühlingsbeginn. Das machen wir mal in der nächsten Winterzeit. Ähm, was können wir denn hier noch bauen? Also, die Minen müssen irgendwann auch kommen. Auf jeden Fall die Lehm-Mine, weil wir werden für die Stadt ganz, ganz viel brauchen. Ganz, ganz viel Lehm. So, haben wir hier einen vernünftigen Spot. Vernünftigen Spot. Hier hat man einen guten Spot. Sehe ich natürlich nicht, wo der Weg ist. Jetzt sehe ich natürlich im Winter sowieso nicht, wo der Weg ist. Aber er wird wohl nicht durch den Baum gehen. So, ich werde tatsächlich die Lehm-Mine bauen müssen. Wobei, so gibt's ja auch vorne und hinten. 3, 1, 3, 3. 2, 7, 2, 5. Gibt's nicht da bessere Spots? Wenn die muss ja auch nicht... Oh ja, hier ist schön. Was haben wir hier? 3, 8, 3, 7, 3, 5. Wo waren hier die 4? Hier, 4, 4, 98. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, wo hier vorne und hinten ist. Ich baue es jetzt einfach mal so. Weil ich glaube, das hier, also vorne, der Schlitz, da ist der Eingang. Der Schlitz. So, Lehm-Mine. Teuer, teuer. Was das Holz betrifft. Aber wir brauchen sie. Wir brauchen sie ganz dringend. So, essen sind wir super. Klamotten, check. Werkzeuge, check. Holz produzieren wir. Steine, Erze und so weiter und so fort. Heu haben wir... Heu haben wir auch schon mal eine Runde gemacht. Das müssen wir erstmal auch nicht weiter verfolgen. Geht... Flachs. Flachs ist nicht essen, ne? Ne, Flachs ist was eigenes. Äh, wir machen mal Flachs bitte auf 500. Weil mehr Flachs brauchen wir nicht. Die Scheune müssen wir irgendwann ausbauen. Äh, naja, ausbauen ist schlecht. Äh, auf jeden Fall noch eine zweite bauen, sagen wir so. Oder wir gehen dann halt auf... Ach, jetzt sehe ich übrigens auch, wo die Dinger hier sind. Oder wir gehen dann halt auf... Die Burggebäude, weil da gibt es ja auch nochmal einige Sachen, die Ressourcen einlagern können. So, Häuser-Technisch 28. Jetzt sind wir tatsächlich am Maximum gerade. Haustechnisch, so. Echt, ich brauche... Acht Erz. Ne, achso, das Erz wurde abgebaut. Alles klar, gut. Ja, Holz wieder sehr wenig. Aber wir haben auch noch A3. Ne, zwei Holzfäller haben wir. Kann ich da eigentlich nur einen dazu packen? So, schön zugewachsen hier wieder. Sehr schön. Äh. Hinterm Baum, wa? Ja, da. Kann ich erweitern? Ne, kann ich nicht. Schade. Ah, ich weiß nicht, ob ich nochmal auf einen zweiten Holz... Auf einen zweiten Holzfäller gehe. Also, Forsthaus. Aber eventuell baue ich hier hinten noch einen Holzfäller hin. Wo ist denn? Genau. Wir bauen hier noch einen Holzfäller daneben. Ah, kann man auch schon eigentlich gleich setzen. Weil Holz werden wir wirklich so massiv brauchen. Forsthaus. Ah. Wo ist hier vorne? Ich seh's schon wieder nicht. Äh? Da ist vorne. Setzen wir hier noch ein Forsthaus hin. Ist für den Jäger, glaub ich, auch gar nicht verkehrt. Die überschneiden sich dann ganz gut. So, dann haben wir die beiden Gebäude. Ich muss erstmal hier erfinden. Da ist die Lebenhütte. Ist ich schon fertig? Ne. Aber da können wir auch schon mal den Weg setzen. So. Okay, sehr schön. Ich weiß gar nicht, wer ist denn gerade frei? Achso, der Schneider ist frei. Logisch. Ansonsten dürften eigentlich nicht allzu viele frei sein. Ah, so, wunderbar. Äh, puh, zwölf, genau. Ganz genau. So, wir machen erstmal auf 500 Begrenzung und packen mal, ich hätte tatsächlich gerne drei Bauarbeiter durchgehend. Wir packen mal erst hier die ersten beiden rein. Wie gesagt, die Minen und so weiter, das sind halt so krass viele Arbeiter immer nötig. Ja, da ist tatsächlich auch der Eingang, da vorne. Maximal 16.000, Alter. So ein Spot hätte ich ja gerne mal gesehen. 16.000. Muss ja alles grün sein. Die Miner. Haben wir hier so einen richtig bombastischen grünen Spot? Wenn wir mal die Karte, ne? Was haben wir hier? 5, 6. Oh, hier ist schön. 5, 5, 6. Ah, 5, 5. Da haben wir auch einen schönen Spot mit 5, 8. Hier ist auch super. Oh, hier ist 7, 7. Oh, 8.000. Okay, 7, 8. Ich meine, es ist utopisch, ne? Dass ich 7, 8 irgendwann mal brauche. Wobei, ah, wahrscheinlich nicht. Also so 7 ist schon, 7 ist schon sehr gut. Da haben wir auf jeden Fall noch Luft nach oben, Alter. Das wird aber auch immer sehr schnell gebaut hier, das Zeug. So, Forsthaus. Ja, ich brauche definitiv nochmal ein weiteres Häuschen. Ah, da. Und zwar brauchen wir hier nochmal so eine Hütte. Aha. Könnten wir eigentlich hier hinten ran basteln. Bauen wir da nochmal eine Hütte hin. Und den Weg müssen wir auf jeden Fall da noch setzen. Aber das baue ich erst, oder den Weg mache ich erst, wenn wir... ...die Hütten stehen haben. Oder die Hütte stehen haben. So, 24, 4. Okay. Ansonsten, also grundlegende Gebäude, die ich hier noch bauen müsste, oder würde. Wäre eigentlich nur noch eins, falls es das gibt, nämlich eine Apotheke. So, Hühnerstall, Windmühle, Bäckerei, nee. Wir können mal durchgehen. Also Fischhütte haben wir, Sammlerhütte haben wir, Jägerhütte haben wir, Garten haben wir, Feld haben wir. Das Bienenhaus, da weiß ich immer noch nicht, wie das funktioniert. Aber da brauche ich wahrscheinlich erst mal Bienen dafür. Den Hühnerstall, den könnten wir bauen, brauchen allerdings Hafer dafür. Ergo müssten wir erst ein Feld anbauen, wo wir Hafer ernten. Und dann in den Hühnerstall übergehen. Könnte man aber hier machen. Weil bis zur Stadt haben wir noch eine Weile. Dann würde ich ein weiteres Feld anlegen. So. Eine Scheune würde ich hier tatsächlich auch bauen wollen. Obwohl, da ist okay. So, dann machen wir hier 12 mal 14, oder 13 mal 13. 10 mal 18. Wir machen es längs. Wobei, wie groß sind diese Scheune? Oh, die würde perfekt hier reinpassen. Die würde super hier hinpassen. Gut, wir bauen hier die Scheune. Dann gucke ich mal ganz kurz nach dem Hühnerstall. Okay, der kann nur so gebaut werden. Das würde aber auch noch super passen. Ach, der sieht immer so aus. Gut, okay, dann kann ich mir auch nicht aussuchen, wie er gebaut wird. Dann würde ich hier den Hühnerstall bauen. zack. Den Weg können wir auf jeden Fall schon mal setzen, weil da gibt es nur einen Weg. So. Und dann bräuchten wir den Hafer. den würde ich tatsächlich hier hinten ran setzen. Ach ja, 15 mal 12. Wir können nur eins nach links gehen. Mal ja, 15 mal. Oh, wir machen 16 mal 12. So. Dann bauen wir es so. Ja, ist ein bisschen uneben. Aber das ist okay. Und da kommt noch ein Häuschen hin. So. Zack. Gut, viel, viel Baustelle. Aber wir brauchen sie. Was habe ich hier für eine Begrenzung gemacht? 500. Ja, ist okay, 500. Ist sehr viel. Sehr viel Lehm um nichts. Aber passt schon. Gut. So. Dann haben wir hier oben auch alles gebaut. Ja, ich weiß, hier fehlen Mitarbeiter. Dann könnten wir eigentlich auch nochmal die beiden einsetzen. So. Dann müssen wir aber nochmal die Wege kurz ziehen. Oh Gott, Alter. Es ist ziemlich unübersichtlich hier gerade mit dem Baum. Oh Gott, Alter. Da musst du aber wirklich hier... Ah, der Baum! So, dann würde ich hier runter gehen. Ja, theoretisch am Baum vorbei, aber... Gehen wir mal von hier aus runter. So, zack. So, dann muss ich mal gucken, dass ich auch unten ankomme. Und zwar... Hier würde ich gerne ankommen. So, dann gehen wir nämlich hier lang. Und dann setzen wir den Weg... Ah, da komme ich nicht durch, was? Ah, da komme ich nicht durch, was? Schande. Gut, dann müssen wir das nochmal abreißen. Dann gehen wir bis hier hin, nur. Dann können wir zwar den Weg... Ah, gut, wir könnten ihn jetzt hier außenrum setzen. Also hier, das würde funktionieren. Machen wir es so. So, wie gesagt, durch die Häuser kommst du leider nicht durch. Da bist du am Arsch. So, bauen wir es hier so in die Ecke rum. Bauen wir es so. Gut, dann haben wir das auch. Da weiß ich nicht, ob wir noch einen Weg setzen können. Können wir. So, dann theoretisch... Ja, nach da drüben können wir auch nochmal einen kleinen Weg setzen. WZW auch noch hier vorne. So, wo waren die Häuser? Ach ja, da war ja der Baum im Weg. Zack, da hoch. Zack, da hoch. Und zum Wohnhaus. Da sind wir perfekt dran. Okay, gut, dann haben wir die Wege hier hinten. Die werden noch fleißig errichtet. Hier hinten gefällt es mir. Weg. Das ist super. So, 34 Wohnungen haben wir jetzt. Super. Holz sind wir tatsächlich immer noch bei 500. Ähm, ganz ehrlich. Holzlimit. Ich weiß wieder nicht, was das für ein Geräusch war. Machen wir jetzt auf 1000. Denn Holz werden wir ohne Ende brauchen. Lehm geht hoch. Hafer haben wir. Flax ist bei 300. Essenstechnisch sind wir bei 7000 ungefähr. Das ist auch noch okay. Darum werden wir uns aber auch nochmal kümmern müssen. Das war hier. Ach so, wir haben ja jetzt theoretisch dann den Kollegen Hühnerstall. Also den Kollegen Hühnerstall vor allen Dingen. Äh, den Hühnerstall hier. Wo ist denn der Brunnen? Den brauche ich nämlich noch. Für Wasser. Äh, das ist ein Brunnen, oder? Ja. Jetzt müsste ich wissen, wo der blöde, der blöde Weg lang geht. Der müsste hier vorne irgendwo lang gehen. Ach, den Brunnen baue ich im Sommer. So, hier einer. Da zwei. So, hier kann man schon mal sagen, bitte. War doch Hafer, oder? So, 24 Max. Äh, war doch Hafer, oder? Hühnerstall? Ist der hier? Ah, Hafer und Jäger. Was? Hafer und Jäger? Ach so, ja. Wir brauchen den Jäger. Für die Wildtiere hier. Das ist absolut richtig. Weil uns sonst die Tiere die Hühner fressen. Äh, äh. That is absolutely correct. Dann werden wir hier vorne noch einen Jäger bauen müssen. Ach, wie gesagt, ich weiß nicht, wo der Weg ist. Ich baue die ganzen Sachen erst im Sommer. Also, oder im Frühling. Dann weiß ich, wie ich die Wehe gebaut habe. Ansonsten, wir könnten noch mal ein paar Steine klopfen. So, da oben ist... okay. Ich glaube, ich habe hier auch alles weggefrühstückt an Steinen schon. Und hier ist einfach überhaupt gar nichts mehr. Okay, hier ist einfach gar nichts mehr an Steinen. Oh Gott. Okay, da hinten haben wir noch mal ein paar. Haha. Oh, ist das übersichtlich. Ihr könnt natürlich in der Stadt schon anfangen, Steine zu klopfen. Weil, da kommen sie eh irgendwann weg. Ja, ansonsten, Holz geht super nach oben. Brennholz ist okay. Ja, über Fische reden wir einfach nicht mehr. Ah, essenstechnisch. Wie gesagt, müssen wir jetzt auf jeden Fall darauf achten. Ich werde dann, wie gesagt, jetzt hier noch den Jäger setzen. Da haben wir auch noch mal eine kleine Fleischquelle. Das hier können wir übrigens alles da noch mal anebenen. Ebenen. Aber hier scheint der Weg lang zu gehen. Ah, Ebenen. Schreie, Planete schräger. Ich weiß nicht, was das für ein Geräusch ist. So, mal ein bisschen erhöhen. Da es nicht ganz so ein krasser Abfall ist. Ja, der Bär wird kassieren später. Ah, erlaubt eine Steigung zu planieren. I know. Ich könnte das auch hier mit Grundfläche planieren machen. Say, wo sind hier die Bauarbeiter eigentlich? Äh. Ich würde gerade sagen, einer ist tot, ne? Reese starb beim Unfall. Der Lehmstecher. Ärgerlich. So, die hat das jetzt gemacht. Das kann ich nicht anebenen. Ich würde die Schräge halt gern nicht ganz so extrem haben. Ah, hier ändert sich überhaupt nichts mehr. Naja, gut. Hast du halt so einen kleinen Übergang. Ist egal. Ist egal. Was haben wir? Winter. Wir brauchen einen... Wir brauchen einen... Wir brauchen zwei Farmer. Und einen Hürden. Also drei Leute. Plus den Jäger. Jäger waren, glaube ich, auch nochmal zwei, ne? Auch nochmal drei. Also wir brauchen nochmal fünf Leute. Ach, ich wollte die Häuser ausbauen im Winter. Scheiße. Das fällt mir jetzt gerade ein. Ich wollte die Häuser noch erweitern, schnell. Ist im Winter natürlich eigentlich vollkommen deppert, aber... Ich hoffe nicht, dass sie so schnell erfrieren. So, also Holz wird auf jeden Fall gerade ordentlich gefällt. Ah, die überschneiden sich auch wirklich nur minimal. So, komm. Jetzt haben wir das Ding wieder fertig, dass die Leute hier Dach über dem Kopf haben. Winterende ist auch. So, einer ist erwachsen geworden. Der wird mal bitte Hürde. So, ein Lehmamigo geht weg. Ein Bauarbeiter geht weg. Und ihr werdet beide hier bitte arbeiten. Jo, ist okay. Oh, wo habe ich denn die Hühner eigentlich herbekommen? So, jetzt sehe ich endlich mal, wo ich bauen muss. Also, optisch mit dem Jäger bin ich überhaupt nicht einverstanden. Also, dass man die Jagdhütte nicht ein bisschen schicker bauen kann. Das ärgert mich so ein bisschen. So, wo kriege ich denn Hühner her? Ich hatte mal einen Huhn, aber es wurde, glaube ich, getötet. Oder gefressen, besser gesagt. Ach, das mit dem Hühnerstall war immer so eine komische Sache. Reiß das mal bitte nochmal ab. Oh, jetzt habe ich den Weg hier abgerissen. Das mit dem Hühnerstall ist immer so eine komische Sache. Ich brauche, glaube ich, erst den... Den Jäger. So, einer ist gerade wieder übrig. Der wird aber dann tatsächlich erst mal Jäger. Was machst du denn hier eigentlich? Was ist deine Profession? Er hat keine. Karius ist der Einzelne, der frei ist. Stimmt, Karius ist der, der hier eigentlich gearbeitet hätte. So, Haus steht. Hinten wahrscheinlich auch schon, oder? Ja. Das sieht gut aus. Ava erwartet auch gleich mal ein Baby. Ava Max. Die alte Sängerin. Warum sind die nicht aufgeteilt? Das ist ja ärgerlich. Das ist ärgerlich. Gut. Hilft nichts. Also, wir brauchen auf jeden Fall sehr viel mehr Leute. Ey, ich mach mal hier wirklich eine 5 oder so draus. Also. Whatever. So, die Nahrungsreserven sind niedrig. What? Na ja, gut. Hat da nicht ganz unrecht. Nahrungsreserven sind wirklich nicht die höchsten gerade. So, wir müssen es leider nochmal neu bauen. In der Hoffnung, dass dann ein, oder das Starthühnchen quasi wieder lebt. So, here we go. Hier haben wir noch einen Jäger. So, der Schneider ist arbeitslos. Der Werkzeugmacher ist arbeitslos. Ah, die Holzkopis, die hauen aber wirklich auch nochmal ordentlich rein. Die machen sehr gute Arbeit. So, ja, dass die fertig gezimmert haben, wird einer von meinen Bauarbeitern wieder... Oder dann wird der hier erstmal Farmer. Heißt das Farmer hier? Viehhürter. Alter, töte den blöden Bären. Der läuft ja immer noch rum. Oder? Was ist denn der Bär? Der andere Amigo, baut mir mal bitte den Brunnen. Ach, jetzt müsste ich wieder wissen, wo der war. Da. Der Brunnen. Kommt mal da hin. Also noch einen Weg quasi ran. So, da ist das Hühnchen. Also das Starthühnchen lebt. Jetzt muss der Jäger dafür sorgen, dass dieses Starthühnchen nicht gefressen wird. Von den Wildtieren. Dafür finde ich halt einen Jäger ein bisschen schmal gerade. Also wenn hier drei, vier Hühnchen leben, dann kann ich es auch echt verkraften, dass sie gefressen werden. Wobei die Wölfe, die haben ganz schön Hunger. Also die hauen hier, die verputzen aber so ein paar Hühnchen am Stück. Da muss man tatsächlich aufpassen. Aufpassen musst du da. Aber erstmal muss dieses eine Hühnchen hier überleben. So, wir haben sogar ein Ei schon. Keine Ahnung woher. So, und immer den Horizont im Blick behalten. Aber hier sieht es sehr tierarm aus, was super ist. Das sieht sehr schön aus. Okay, er produziert aber. Bei dem bin ich aber nicht traurig, wenn er nicht allzu viel produziert. Da reicht mir tatsächlich auch zwei nur. So, Brunnen steht. Liefert Wasser für Pflanzen und Tiere. Das Wasser wird auch gebraucht, um Brände zu löschen. Sehr gut. Schöner Nebeneffekt. So, ach wunderbar. Hafer wird auch schon ordentlich geerntet. Da ist ein... Na gut, der Elch ist mir tatsächlich egal. Aber trotzdem sterben der Elch, oder? Ja, da ist er tot. Doder Elch. So, sehr schön. Kleiner Wegweiser. Okay. Könnte man eigentlich mal hier so hinbauen, oder? Kostet das? 20 Holz, ja. 20 Holz haben wir. Ist das hier? Statur. Okay. Ist das? Badehaus. The mood of the living houses was in the building radius. Ah ja, okay. Das bringt noch mal ein bisschen... Schönheit. Ah, so eine Laterne. Ich weiß, da gibt es verschiedene Varianten. Da kann ich auch durchgehen, glaube ich, ne? Was ist das hier? Heuschrecke, Vogelscheucher. Vogelscheucher... Verschlecht für und beschleunigt so das Wachstum auf den Feldern und den... ...und den Bäumen. Oh. Oh. Das ist ja gut. Knallen wir uns noch mal eine hier hin. Kostet ja zum Glück nicht viel. Aber das ist ja gut zu wissen. Dann haben wir uns hier eine Vogelscheuche hin. Ja, hier gibt es auch Torbögen und so weiter. Steintor. Steinmäuerchen. Das hier. Was ist das? Palisadentor. Palisade. Oh Gott, ich hätte auch Palisaden bauen können. Ja, vielleicht hierfür. Aber, pff, fürs Dorf. Also fürs Fischerdorf, weiß ich nicht. Und da wirklich Palisaden für braucht. Da kann man vielleicht irgendwo extern... ...hier hinten vielleicht noch eine... ...was hier alles eben war. Alter, jetzt ist einfach alles eben. Also mehr oder weniger. Hier vielleicht noch so ein kleines Dörfchen hinbauen. Aus Palisade. Oder Palisade geschützt. Wäre vielleicht auch nicht schlecht. Den hier. Oder das hier muss ich auf jeden Fall bauen. Die Apotheke. Choulethafen. Ach, der Hafen ist so. So, lebt das blöde Huhn noch? Okay, ich sehe zumindest schon mal zwei Hühner. Sehr schön. Ach, herrlich. Die Hühner werden es hoffentlich schaffen. So, und der Kollege jagt hier immer noch das, was... ...sich an unsere Hühnchen vergreifen möchte. Okay, sehr schön. So, 31 Minuten schon wieder. Wahnsinn. Dann würde ich sagen, wir machen mal Feierabend für heute. Und sehen uns morgen wieder. Scheiße, Alter. Ich habe wirklich die 1000 schon erreicht. Sehr schön. Na gut. Dann können wir hier wieder ein bisschen was anpflanzen. Ist ja ein bisschen karg geworden, das Ganze hier. Der macht durchgehend. Das ist sehr schön. Hier haben wir noch einen Fischer. Ich muss fast mal überlegen, ob ich hier vorne auch nochmal einen Fischer einsetze. Weil, wie gesagt, einer bringt es halt überhaupt nicht. Ich hätte auch gerne andere Sachen als Kartoffeln. Aber ich glaube, das wird so schnell nischt. Und die... ...den Garten würde ich halt irgendwann umsetzen. Beziehungsweise irgendwann nochmal einen anderen bauen. Also einen größeren. Ah, bin ich am überlegen, ob ich hier vielleicht noch was hinsetze. Ja, das ist überall... Oh, da ist ein Fuchs. Sehr schön. Ah. Null Chance hat der Fuchs, überhaupt zu einem Hühnchen zu kommen. Direkt getötet. Super Arbeit. Ganz toll. Ja, dann, ähm, sehen wir uns nächste Folge wieder. Und dann... ...werden wir ein wenig weiter siedeln. Ich will ganz kurz mal das hier auf 100. Das habe ich auf 500. Okay. Ja, abs. Weil hier haben wir jetzt das erreicht. Ich will tatsächlich auch mal auf 1000 gehen. Bei Brennholz kann man nicht zu wenig haben. So, okay. Die beiden Typen. Der eine. Äh, der ist hier noch fleißig am Ackern. Ja, ansonsten haben wir... Wir brauchen halt noch zwei Jäger. Oder einen Jäger. Ja, und dann wären wir durch. Dann hätten wir erstmal wieder... ...alle offenen Stellen besetzt. Also außer hier von dem Lehmtypen. Den Lehmstecher. Aber, wie sagt das... Äh, nee. Machen wir nicht so schnell. Gut. Dann sehen wir uns nächste Folge wieder. Bei Life is Feudal Forest Village. Vielen herzlichen Dank und bis dahin. Tschüss. 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 Vielen Dank.